Die Bizepsübung konzentrierte Curls. Die häufigsten Fehler, unkontrollierte Bewegungsausführung viel, viel zu schnell. Dazu das Ganze mit Schwung ausgeführt, mit viel zu hohem Gewicht. Dazu mit dem Oberschenkel mit Schwung nachgeholfen und das Ganze ohne Zielmuskelfokus und dazu noch mit Umkehrschwung. Wichtig am untersten Punkt kurz anhalten, konzentriert in die Bewegungsphase übergehen und den Zielmuskel maximal fokussieren. Unter Belastung nach oben gleichmäßig ausatmen.